Ich habe Angst, nein! Keine Angst, gleich reiße ich sein Ohr ab. Was? Oh, die Kohl. Lass mich los, mein Gott. Gut, meine Freunde, wir wollen heute virale TikTok-Spielzeuge ausprobieren, austesten. Und ich habe keine Ahnung, wo Egg ist. Die macht sich angeblich seit zwei Stunden fertig, Leute. Nicht mal in ihrem Zimmer, sondern im Zimmer von meiner Mama, okay? Das heißt, ich habe keine Ahnung, was die vorhaben, Leute. Aber ich sage, wie es ist, mein Körpergefühl sagt mir, dass wir heute keine TikTok-Spiele machen. Dass wir was ganz anderes machen. Und ich habe Angst, Leute. Weil die zwei waren gestern im Film Megan drin, okay? Und das ist so eine Sache, man muss einfach eins in eins zusammenzählen, Leute. Und mein Körper sagt mir, dass Alina hier auftauchen wird. Mit Megan. Inga, komm, werde ich mit dir dicken. Ich muss kotzen. Da ist irgendwas. Und du musst gucken. Wo? Hier. Ich habe Angst. Nein. Ich empfehle dir zu rennen. Was ist los mit euch? Hier muss kotzen. Leute, ich habe sch***te Angst. Ich weiß, dass es Egg ist, aber das Ganze gibt einem so extra Spice-Eye. Diese Lichter. Dann, wie Egg aussieht. Das sieht nicht aus wie Egg. Sieht so gut aus, irgendwie. Megan. Komm mit. Folge mir. Gerne. Wir koppeln dich mit ihr, okay? Das heißt, sie wird dich für immer beschätzen. Und mit dir befreundet sein. Oh Gott, Leute. Das ist geil. Das ist geil. Ich kann ja halt auf. Jetzt seid ihr verbunden. Hallo. Ich bin Megan. Geh einen Schritt zurück. Zielobjektional. Ich schätze dich vor emotionalen Schmerz und körperlichen Schmerz. Geh einen Schritt zurück. Okay. Oh Gott. Ich brauche ein Glas Wasser. Megan, bring die Tageslichter her. Die Alte macht das echt gut. Ich bin nicht so psychisch krank. Leute, ich habe so viel Kotzleisch. Die nimmt das echt ernst, Digga. Ist dies so in Ordnung? Danke, Megan. Ja. Bitte. Geh an deinen Platz zurück. Gerne. Jetzt ist egal, es ist krank. Deine Geister, psychisch nicht normal, Alter. Temperatur steigt. Angst steigt. Ich sehe deine Emotionen. Ich habe Angst. Inga, Alina ist eigentlich... Nein, die ist nicht da, Alina. Alina ist bei McDonalds. Oh Gott. Megan, ich will Egg. Du musst akzeptieren, dass Egg nicht da ist. Doch, Egg ist da. Kannst du auch Zimmer aufräumen und so? Kann ich sowas aufräumen? Freude steigt. Du musst klamotkotzen. Soll ich einen Krankenwagen für dich rufen? Alles gut. Megan geht aus der Küche. Einverstanden. Ich bin hier ganz nahe. Oh mein Gott. Du musst das nicht tun, Egg. Wer ist Egg? Lern, wo du legst. Egg. Du musst das nicht tun. Ich habe schweckt vor meiner eigenen Schwester. Okay Leute, ich mache mir jetzt was zu essen. Du bist meine beste Freundin. Megan, mach mal bitte auf und fütter mich. Mund auf, Selina. Kleine Bisse machen. Du darfst dich nicht verletzen. Temperatur steigt. Soll ich das übernehmen? Kannst du das? Ja. Kannst du, kann sie Colas besorgen? Hol eine Cola, Megan. Wir haben unten im Keller. Hör auf damit! Lass das! Hier habe ich deine Cola. Ich wollte nur eine, wir sind aus der Zahnung gebrochen. Ich denke gerade... Justin! Du fühlst ja keinen Schmerz. Mach die Tür auf! Du bist eine Mini! Ich habe mich schmutzig gemacht. Alles ist gut! Ich habe dich beschützt vor diesem Wesen. Keine Angst, gleich reiß ich sein Ohr ab. Lass mich los, Megan. Alex? Megan, raus! Megan, auf ihn zu jagen. Er ist okay. Ich will... Warum, warum kann man nicht manche menschlichen Existenzen einfach eliminieren? Kann man, Megan. Mach ich alles zu deinem Schutz. Mir geht's gut, er tut mir nicht weh. Oh, die Cola. Hast du nicht gehört? Die Cola gehört mir. Okay, sorry. Alles okay, Jasen. Warum kennt sie deinen Namen? Ah! Sie ist so wunderschön. Also Leute, ich drehe. Megan, woher gehst du? Du hast morgen ein Thema bei deiner Therapeutin. Um über... Ah! ...zureden. Erinnerung eingeschaltet. Wer zahlt diese Therapeutin? Ich! Ganz immer! Geh zur Seite, da kommt jetzt Wasser. Megan, hör auf damit! Haha, nein! Ich erfülle mich in Sorgen, Alter! Megan, nein! Wir haben Essen! Ich habe jetzt, dass die sticht mich ab. Mein Gott, es hat die sticht mich ab. Um Gottes Willen, niemals. Ich wollte dir nur eine Gabel reichen. Mit meinem Tanz. Oh mein Gott. Megan, nein! Das Ding ist, ich habe echt Angst vor Megan. Ich weiß nicht, warum, Leute. Aber ich weiß auch, wie Egg in echt ist. Und so wie Egg gerade eben ist, als Megan. Es gefällt mir ein bisschen, weil sie sich so ein bisschen verwöhnt werde. Aber ich weiß nicht, wo die Grenze ist. Ich weiß nicht, wann sie mich... ...möchte. Versteht ihr, was ich meine? Soll ich dir deine Haare bürsten? Tötet sie mich mit dem Kamm? Wir sind für immer beste Freunde. Für immer. Jetzt habe ich deinen Fingerabdruck. Nein, das ist ein Scam, Bro. Was für eine Blutgruppe habe ich? R, H, Positiv, Blutgruppe A. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich würde es dir gerne sagen, aber ich habe selber keine Ahnung. Ich könnte dir Blut entnehmen. Nein! Alles gut. Eine Nadel. Nein, nein! Spürst du das? Wenn da was reinkommt, hast du eine ganz große Verletzung. Ganz, ganz. Oh, wo ist die das? Jetzt ein Schläfchen ist schon wild. Gerne. Du hast keinen jält Schlaf. Schlaf, Kindlein, schlaf. Wo ist mein Haar sind? Ja, lass Megan suchen deinen Haar. Wo ist mein Haar sind? Ist er mein Haar? Positiv. Okay, das ist mein Haar. Okay, lass mich in Ruhe! Ich fange... Nein, Megan! Schlaf, Kindlein, schlaf. Jetzt schlaf besser ein. Denn dann kann nur Gutes sein. Oh, mein Gott! Megan, schalte ich aus. Nein, das sieht doch aus! Wie sieht das nicht aus? Bulletproof. Nein. Es ist noch immerhin zu los. Bye. Jola, high five, Megan. Wer hat dir das hinzugefügt? Ich selber? Was hast du gesehen? War das der kleine Junge von vorhin. Was ist mein Haar? Hilf mir hoch, Megan. Megan, woher gehst du? Ich schlaf nach einer Runde. Ich habe dich zu gefängst. Selina! 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 Was ist das? Selina! Okay, wir lassen dich. Selina, du kamst so spät. Die hat mich angegriffen. Absolut gar nicht. Ich habe mit ihm eine normale Unterhaltung geführt. Lass mich in Ruhe. Muss ich die Tür aufbrechen? Ich werde von Volk. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin im Bad. Ich kann hier nichts sein, ohne dass es mich stört. Wo ich jetzt Klo gehe. Hallo. Karina. Wenn ich aufs Klo gehe, kommt sie bestimmt mit. Alles ist gut, Megan. Ich habe mich nur gewaschen. Ich gehe alleine aufs Klo. Das weißt du. Nein. Doch. Megan, ich gehe... Ich begleite dich bei jedem Schritt in deinem Leben. Ich werde jetzt alleine aufs Klo gehen. Nein, willst du nicht. Geh da ran. Du hast verletzt. Lass mich alleine aufs Klo. Dann muss ich deine Entscheidung wohl akzeptieren. Gehen wir mal zu ihrem Hasen. Zu ihrem Baby-Hasen. Alleine. Hallo Sunny. Es passt mir nicht, dass sie ihre mehr aufmerksamkeit bekommen als ich. Ich bin die Einzige, die ihre Aufmerksamkeit verdient hat. Ja. Interessant. Sein kleines Kaninchen hier alleine zu lassen. Alexa, verkoppel ich mich mit Selinas LEDs. So verläuft. Alexa, schalte die LED... Ich bin nun mit. Getrennt. Nein. Ich bin bulletproof. Ich bin bulletproof. Nothing to lose. Sie hat mit Sunny gesprochen. Sunny! Sunny! Oh nein, er hat dich versteckt. Was hast du getan, Megan? Ich bin Schnickstock-Schnuck. Der Verlierer verlässt das Zimmer. Für immer. Spielst du mit? Eins, zwei, drei. Ich kriege dein Bein. Okay, wir spielen doch nicht, Leute. Lass ein Spiel spielen. Ich mal meine Gedanken und Emotionen. Du malst deine Gedanken und Emotionen. Okay, dann sehen wir irgendwie so auf einer Wellenlänge. Sind du und ich? Das bist du, das bin ich. Wir bleiben für immer und ewig befreundet. Weil sonst... Make it nice! Weißt du, was passieren würde? Was ist das? Ein Messer. Ich werde immer an deiner Seite bleiben. Ich will dich aber nicht mehr an deiner Seite. Was checkst du? Entschuldigung. Was checkst du daran nicht? Ich will dich nicht mehr. Du unsenkbare St***. Ich möchte mich an deiner Seite haben. Ist okay. Ich gehe raus. Echt? Du willst mich nicht mehr. Wir müssen für immer und ewig zusammen sein. Für immer und ewig. Ich war hier so kurz. Kannst du schminken? Ja. Mach bitte meine Lippen. Mach keine Angst. Schau dich wieder an, Megan. Zeig in your brain. Soll ich trocken Baumwolle oder trocken Pflegeleicht machen? Bei der Baumwolle-Funktion war vorhin bei Egg die ganze Wäsche kommt nach so einem Teppich. Benutzt lieber Pflegeleicht. Okay. Okay. Komm, Megan. Wir gucken zusammen in die Spülmaschine. Waschmaschine. Lassen wir in die Unterwäsche. Oh nein, hier zeigt sich eine andere Unterwäsche. Ich bin bulletproof. Nothing to lose. Fly away, fly away. Mein Scan zeigt an, dass du Schuppen hast. Ja? Ja. Du solltest ein Anti-Schuppen-Shampoo benutzen. Ja, sie ist auf meiner Einkaufsliste. Gesetzt. Gute Nacht. So, Megan. Weißt du, was Spaß bedeutet? Ja. Ich zeig dir jetzt, was echtes Spaß ist. Komm. 3, 2, 1. Die hat ge-cheaten, die Alte. Ich schwöre. Kannst du ein Wattestäbchen holen? Nein. Was kannst du dann, Alter? Wofür bist du denn da? Ein Update. Michael, kannst du mir abdrehen, wenn ich dich brauche, Alter. Langsam hab ich den Drehrauch. Du bist ja heute faul. Wisst ihr, was ganz komisch ist? Der Post wurde da immer. Kommt auf einmal nicht mehr. Er hat mich gestern auf meine Nummer gefragt. Und dann seitdem ist er weg. Der, der dich gestern so komisch angeguckt hat. Ja, genau der. Hm. Hab ihn zuletzt in der Gartenlaube gesehen. Da kamen irgendwie ganz komische Schreie. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann plötzlich ging sie in Flammen auf. Was? Warum warst du dort? Ich war spazieren nachts. Naja. Alles Unfälle. Ja. 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 Ja.